Heute nur eine kleine Tour mit dem Rennrad. Ein bisschen fit werden, nichts weltbewegendes. Keine Ahnung, 40 Kilometer oder sowas in etwa angeplant. Ich habe auch schon circa 16 Kilometer hinter mir. Aber da es diesmal nicht allzu viel zu sehen gibt, halte ich an einigen schönen Bäumen an. Dann zeige ich euch hier noch etwas Gemaltes. Und auch ein Baum. Bis zum nächsten Mal! Und nochmal was Gemaltes. Jo, für irgendwelche landschaftlichen Highlights muss ich wohl weiterfahren. Das machen wir, wenn das Wetter ein bisschen wärmer wird. Bis dahin, tschüss.